so frisch ans werk episode 50 mit und von und zu folgt der heiligen kuh sag mal hallo von mir aus auch das seid gegrüßt heute freunde auch ihr natürlich hier die zuguckt dankeschön dafür dass ihr mich soweit unterstützt läuft okay was machen wir hier wir machen auf jeden fall alles platt was platt geht ok nach spuckt der größte tippel und große töne noch aber sobald er flach liegt ich sage euch dann wird er sich wünschen nicht so große tone gespuckt zu haben töne deutsche sprache abschalt da ich schwöre komhol steinchen groß steinchen ist schon draußen geil immer beiseite ich will die nöten danke okay so jetzt erst mal den da hinten weil ich will nämlich nicht gestört werden werden wenn ich mich hier gleich an die waffen ran mache so es gibt schon mal gute prozent über den waffen nicht schlecht erspricht so Okay, hier fast alles auf Update-Zeit. Gut, ach man, geh doch mal beiseite. Nein, falsche Taste. Ah, Wurstfinger-Alarm. Gut, jetzt müssen wir knappe zwei Minuten warten, bis wir hier wieder die Engelsflügel schlagen können. Okay. Kacke. Ach komm, die drei Prozent, ne, ganz ehrlich, ach kacke. Okay, also, da oben haben wir, ach guck mal, da oben ist mein Lock, wie praktisch. Dann nehmen wir hier die beiden Kriegstreiber noch mit und kümmern uns dann allein um Melok. Dann haben wir nämlich schon den nächsten Rabob im Sack. So. So. Äh, nochmal 40 Sekunden warten. Nein, wobei, komm, wir können ihn, glaube ich, jetzt schon draufhauen. Wir müssen uns dann nur ab und zu mal noch hoch heilen. Aber das wird schon gehen. 3,21 Millionen. 3,21 Millionen. Ramob. Ja, komm, gib ihm. Wow. Wow. Oh, okay. 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 Wir müssen jetzt einen Augenblick warten. Warten, warten, warten. Ähm. Kurz einen draufhauen. Hochladen. Äh, hochladen sei schon. Hochheilen. So, jetzt kommt's. 7, 6, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 4. Hey, Glückwunsch, er kann bis 7 zählen. Ich hab ja noch eine 8. So ist es nicht. Aber die brauch ich momentan nicht. Oh, respawn. Äh, respawn. Erst mal, gib ihm. Ich hab ja noch einen Unterschied. Ich hab kein Ziel. Oh. Ja, ja, so funktioniert das. Gut, und dann geht es jetzt direkt, direkt. Lass sie nicht über diese Brücke, oder ich ziehe euch das Fell über die Ohren. Zu spät. Wir sind schon da. Also, wir sind über die Brücke rüber. Wir sind die Blutotems. Lasst nicht zu, dass die Schwachen triumphieren. Also, pass auf, Navarok ist ja wirklich echt geiler Typ, ne, aber der steht mir hier immer im Weg. Ich kann mich gar nicht hier mit dem Loot... Danke. Seufz. So, ich brauche jetzt erstmal ein Bildchen von Navarok. Geh mal beiseite, bitte. Das ist gar nicht cool, Navarok, aber ist egal. Wir versuchen es erstmal so. Und starten jetzt die Attacke mit der 7. Die 2. Die 3. Und wie schön er zählen kann. Und er hat uns gerade weggeschmissen. Also, weggestoßen. Wie macht er... Hallo? Ja, und jetzt wird... Ja, ach du, hi. Miege Scheiße. Das war's für heute. 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 Okay. Müssen wir jetzt hier eiskalt durchrennen, weil nämlich auch schon wieder Mellok da steht. Weil nämlich alle hier stehen. Können wir hier irgendwie längs? Vielleicht, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Doch, das sieht ganz gut aus. Da ist ein Fragezeichen. Grau. Und mit einem Pfeil nach unten. Hm. Ob das Navarok ist? Da ist jeweils ein Höhleneingang. Und das ist ein bisschen Navarok. Das hier ist es die Dunkelsteingrotte. Und da hinten ist er auch. Gemischwachenhändler. Hey. Wagrok. Was geht, Digga? Läuft? Geil. Oh. Äh, ja. Ne? Hübsch. Die Schulterstücke passen mal so gar nicht zu den Handschuhen und zu der Hose. Läuft. Nein. Und ein Gastfurt hat er hier auch noch. Mensch, du bist ja richtig gut ausgestattet, Kollege. So. Er spricht mit Maya Hochberg in Donnertotem. Na, gerne doch. Und dann kriegen wir noch 100. Artefakt macht drauf. Perfekt. Und da haben wir noch eine Quest. Das Dunkelsteingrotte. Sieht zwar nicht nach viel aus hier, aber ist trotzdem unser Zuhause. Hier leben wir in Frieden. Weit weg von den anderen Trogba. Dunkelsteine. Ich bin zurück. Erweist diesem Helden hier unseren Dank für die Rettung vor den Bluttotems. Bloß nicht alle auf einmal. Na, guck mal. Hier können wir uns noch reparieren. Da haben wir noch eine Quest. Die Quest gehört, glaube ich, gar nicht dazu. By the way, haben wir jetzt die Einig da abgeschlossen? Oder? Das war die schon, ne? Kein Berg zu hoch. Das ist jetzt noch die, die offen ist, oder wat? Ich habe hier aber sonst kein Fragezeichen mehr. Das ist in Valshara. Jetzt noch, trefft euch mit Navarok in Donnertote. Ja, von mir aus. Nö, aber sonst. Mal gucken, was haben wir denn hier Schönes? Trag die Hand rein zur Statue von Muki Brul und kehr zu Damrul, dem... Was? Dem Starken zur... Stark... Da ist doch ein... Starken... Okay, so kann man Starken natürlich auch schreiben. Dem Starken zurück. Ja, von mir aus. Ist wirklich. S-C-H-T-A-R-K-E. Äh, äh, ja. Klar. Warum nicht? Und Scheiße, sind die schwer. Ich wollte gerade sagen, wieso geht ein Thog jetzt so langsam? Er dreht die Gewichte. Ja, er ist richtig. Ist okay. Oh, das war ja cool. So, nur wieder zurückschleppen, oder wat? Ich fasse es nicht. Ach, Freunde, Freunde, Freunde. Das Leben ist so anstrengend. Arbeit abgeschlossen. Und Level up. Stufe 108. Mega. Bringt die Ketten des Widerstandes, das Rad der Seelenstärke und die Kursroute zurück. Wer hat die Dinge klaut? Bezwingt... Achso. Bezwingt... Oh ja, das machen wir auf jeden Fall, weil wir hier nämlich was Schönes hier kriegen. Oh, lecker. Okay, tötet acht Moorlogs in der Dunkelsteingrotte. Ja, 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 ja. Ist in Ordnung. Okay, für den einen müssen wir hoch. Wir können hier nicht reiten. Von mir aus. Ich hoffe, man kommt jetzt hier links rum. Ich hoffe, man kommt jetzt hier nicht links rum. Scheiße, das wäre ja auch zu schön gewesen. Vor allem auch noch zu einfach. Muss ich mal gucken. Entweder, äh, vielleicht kommt man da hinten hoch. Oh, Tipp des Tages. Nicht im Feuer stehen. Hier eine kleine Abkürzung. Guck mal. Oh, naja gut. Eine gut gemeinte Abkürzung. Ach, ja, perfekt. Guck mal, die sind auch noch hier Geld markiert. Das ist auch nicht schlecht. Die greifen also nicht sofort an. Das heißt, ich kann mir hier gleich direkt den... ...schnappen. Ich stelle, dass Navarok jetzt gerade nicht dabei ist mit seinen Steinchen. Fein, das war dann schon mal das. So, dann brauche ich jetzt noch... Ja, hier, die... Die kleinen machen wir gleich. Den Inflex. Die Route. Dann ist da hinten... ...das Rad. Und da vorne müssen dann irgendwo die Ketten... ...müssen dann irgendwo die Ketten sein. So, das Rad der Seelenstärke. Und da hinten sind dann die Ketten. Wunderbar. Und dann können wir uns hier nämlich austoben, was die Morlocks angeht. Sie sehen aber auch sehr hübsch aus hier mit den kleinen... ...Bommeln vor den Augen. Coole Sache. Okay, so. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Achso, Nummer 4. Entschuldigung. Nummer 4. Da hinten ist Nummer 5. 6, 7, 8. Perfekt. Schon fertig. Ja, gib das hier her. Läuft. Sehr schön. Und ab dafür. So, eine weitere Quest hast du nicht für mich. Wunderbar. Gut, dann geht's jetzt zurück. Zu Dingens Mittelkirchen. Müssen wir hier aus der Hülle raus. Und dann uns einen Flugpunkt irgendwie suchen. Das war ja nett. Na, nochmal ein paar LPs gekriegt. Hier jetzt 5%. Geil. Gut, so. Wo ist der nächste Flugpunkt? Da unten. Komm, wir hier sonst nicht so... Nee, hier geht's nicht weiter, ne? Obwohl... Äh... Ist hier noch was Schönes? Achtung, Steilhang. Ähm, okay. Mhm. Hier leuchtet sonst nichts lila, ne? Oder vielleicht doch? Ähm... Nee. Gut, dann müssen wir so zurückreisen. Wobei, ich sehe gerade 20 Minuten geknackt. Ähm... Dann gehe ich im Offline-Modus zurück. Und wir treffen uns dann hier in Donner-Totem wieder. Meine Freunde. Wisst ihr Bescheid, ne? Gut, wunderbar. Also. Dankeschön bis hierhin fürs Zugucken. Thog, du hast das letzte Wort. Möget ihr stets rücken, Winter.